Supermarkt 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 Gebäude Bau Gebäude Bau Bank Bank Ufer Bank Ufer Café Kaffeehaus Kaffeebar Kaffeehaus Kaffeebar Cinema Kino Film Kino Film Movie theatre Kino – Filmtheater Kino – Filmtheater Gym Fitnessstudio – Turnhalle – Fitnesscenter Fitnessstudio – Turnhalle – Fitnesscenter Hospital Krankenhaus Hotel 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 Library Bibliothek Sammlung Bibliothek Sammlung Museum 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 Post Office Post Amt Post Post Amt Post Post Amt Post Post Amt précédent Bristol Portillo So Karena Lлад University Universität Universität Car Park Parkplatz Parkhaus Parkplatz Parkhaus Park Park Movie-Theatre Kino Film-Theatre Siluette Lassen Zu vermieten Lassen Zu vermieten To live Zu leben Zu leben Apartment Wohnung Apartment Zimmer Wohnung Apartment Zimmer Flat Flach Wohnung Fläche Flach Wohnung Fläche Dr. Chemist Chemiker Apotheke Chemiker Apotheker Kapstag ρ Buchhandlung Buchgeschäft Buchhandlung Buchgeschäft Kunstgalerie Kunstgalerie Galerie 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 Church Kirche 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 City Hall Rathaus Rathaus Dentists Zahnmedizin Zahnärzte Zahnmedizin Zahnärzte Zahned Sportcenter Sportzentrum Sportzentrum Police Station Polizeistation Polizeirevier Polizeistation Polizeirevier – Pub – Kneipe – Pub – Shopping Center – Einkaufszentrum – Zoo – Hübsch – Tierpark – Apartment Building – Wohngebäude – Wohnhaus – Mehrfamilienhaus – For sale – Zu verkaufen – Under offer – Im Angebot – Unter Angebot – Im Angebot – Unter Angebot – Bills – Rechnungen – Gesetzentwürfe – Stücklisten – Rechnungen – Gesetzentwürfe – Stücklisten – Castle – Schloss – Burg – Turm – Schloss – Burg – Turm – – Barbiere – Friseure – Barbiere – Friseure – Butchers – Metzger – Metzger – Department Store – Kaufhaus – Kaufhaus – Warenhaus – Kaufhaus – Warenhaus – Kaufhaus – Warenhaus – Gasstation – Tankstelle – Haardressers – Haardressers – Friseure – Market – Markt – Handel – Markt – Handel –謝謝 – Water –飲料 – Hower – apartment – Wyatt – Wohn – Alicia – night Nachtclub Barbershop Friseurladen Friseurgeschäft Cathedral Kathedrale Dom Kathedrale Dom Garage Garage Werkstatt Garage Werkstatt Office Block Bürogebäude Bürogebäude Petrol Station Tankstelle Skyscraper Wolkenkratzer 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 Town Hall Rathaus Rathaus Vets Tierärzte Tierärzte Togaut Playground Spielplatz Spielplatz Stadium Stadion Cypher Town Square Tocnes Stadion Spandel Stadion Stadion Stadtplatz – Landsgemeindeplatz – Hauptplatz Stadtplatz – Landsgemeindeplatz – Hauptplatz Disco Disco – Disco Disco – Disco – Wie viel kostet eine Briefmarke erster Klasse? – Wie viel kostet eine Briefmarke erster Klasse? – Could I have a second-class stamp, please? – Könnte ich bitte einen Stempel zweiter Klasse haben? – Könnte ich bitte einen Stempel zweiter Klasse haben? – I'd like an envelope, please. – Ich hätte gerne einen Umschlag, bitte. – I'd like to send this to Colombia. – Ich möchte das nach Kolumbien schicken. – Ich möchte das nach Kolumbien schicken. – How much will it cost to send this letter to China? – Wie viel wird es kosten, diesen Brief nach China zu schicken? – Wie viel wird es kosten, diesen Brief nach China zu schicken? – Can you put it on the scales, please? – Können Sie es bitte auf die Waage legen? – I'd like to send this letter by special delivery. – Ich möchte diesen Brief per Sonderversand versenden. – Where's the nearest Postbox? – Wo ist der nächste Briefkasten? – I've come to collect a parcel. – Ich bin gekommen, um ein Paket abzuholen. – Ich bin gekommen, um ein Paket abzuholen. – I'd like to pay this bill. – Ich möchte diese Rechnung bezahlen. – Ich möchte diese Rechnung bezahlen. – Ich möchte etwas Geld nach Argentinien schicken. – Letter – Brief – Schreiben – Schrieb – Envelope – Umschlag – Amplau – Stempel – Briefmarke – Stempel – Briefmarke Briefemarke – Stempel – Briefmarke I'd like a haircut, please. Ich hätte gerne einen Haarschnitt, bitte. Do I need a book? Muss ich buchen? Muss ich reservieren? Muss ich buchen? Muss ich reservieren? Are you able to see me now? Kannst du mich jetzt sehen? Bist du in der Lage, mich jetzt zu sehen? Kannst du mich jetzt sehen? Kannst du mich jetzt sehen? Bist du in der Lage, mich jetzt zu sehen? Would you like me to wash it? Soll ich es waschen? Möchtest du, dass ich es wasche? Soll ich es waschen? Möchtest du, dass ich es wasche? What would you like? Was darf es sein? Was möchten Sie gerne? Was darf es sein? Was möchten Sie gerne? Was darf es sein? How would you like me to cut it? Wie soll ich es schneiden? 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 I'll leave it to you. Ich überlasse es dir. Ich überlasse es dir. I'd like a new style. Ich hätte gerne einen neuen Stil. Ich hätte gerne einen neuen Stil. Just a trim, please. Nur eine Kürzung. Bitte. Bitte nur Spitzen schneiden. Nur eine Kürzung. Bitte. Bitte nur Spitzen schneiden. How short would you like it? Wie kurz möchtest du es? Wie kurz darf es sein? Wie kurz möchten Sie es haben? Wie kurz möchtest du es? Wie kurz darf es sein? Wie kurz möchten Sie es haben? Not too short. Nicht zu kurz. Nicht zu kurz. Grade 3. Klasse 3. Dritte Klasse. Klasse 3. Dritte Klasse. Completely shaven. Völlig rasiert. Komplett rasiert. Glatt rasiert. Völlig rasiert. Komplett rasiert. Glatt rasiert. Völlig rasiert. Komplett rasiert. Do you have a parting? Hast du einen Abschied? Hast du einen Abschied? Haben Sie einen Abschiedsgruß? Quadratisch hinten, bitte. Eckig hinten, bitte. Platz auf der Rückseite, bitte. Quadratisch hinten, bitte. Eckig hinten, bitte. Platz auf der Rückseite, bitte. Tapered at the back, please. Hinten verjüngt, bitte. Hinten bitte spitz zulaufend. Hinten verjüngt, bitte. Hinten bitte spitz zulaufend. What color would you like? Welche Farbe darf es sein? Welche Farbe hättest du gerne? Welche Farbe darf es sein? Welche Farbe hättest du gerne? Möchtest du es föhnen? Möchten Sie es geföhnt? Möchtest du es föhnen? Möchten Sie es geföhnt? Können Sie bitte meinen Bart stutzen? Könntest du mir bitte den Bart trimmen? Könnten Sie bitte meinen Bart stutzen? Könntest du mir bitte den Bart trimmen? Können Sie bitte meinen Schnurrbart stutzen? Könnten Sie bitte meinen Schnurrbart stutzen? Möchtest du etwas dazu? Möchtest du etwas dazu? A little wax Ein wenig wax Etwas wax Ein wenig wax Etwas wax Some hairspray Etwas haarspray Etwas haarspray How much do I owe you? Wie viel schulde ich ihnen? Wie viel schulde ich ihnen? Wie viel schulde ich ihnen? Barber Barbier Friseur Barbier Friseur Hairdresser Friseur 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 Haircut Haarschnitt Haarschnitt I'm looking for a flat Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung Ich suche eine Wohnung Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung Ich suche eine Wohnung I only need a one-bedroomed flat Ich brauche nur eine Einzimmerwohnung Ich brauche nur eine Einzimmerwohnung Ich brauche nur eine Einzimmerwohnung I'm looking of An welchen Bereich denken Sie? An welches Gebiet denken Sie? An welchen Bereich denken Sie? An welches Gebiet denken Sie? Something not too far from the city center Etwas nicht allzu weit vom Stadtzentrum entfernt Etwas nicht allzu weit vom Stadtzentrum entfernt What's your budget? Wie hoch ist Ihr Budget? What price range are you thinking of? An welche Preisklasse denken Sie? How many bedrooms do you want? Wie viele Schlafzimmer möchten Sie? It's got two bedrooms, a kitchen, a living room, and a bathroom Are you looking for furnished or unfurnished accommodation? Suchen Sie eine möblierte oder unmöblierte Unterkunft? Suchen Sie eine möblierte oder unmöblierte Unterkunft? Möchten Sie eine moderne oder eine alte Immobilie? Möchten Sie eine moderne oder eine alte Immobilie? Do you want a garden? Willst du einen Garten? Wollen Sie einen Garten? Willst du einen Garten? Wollen Sie einen Garten? Are you a cash buyer or will you need a mortgage? Sind Sie ein Barkäufer oder benötigen Sie eine Hypothek? Sind Sie ein Barkäufer oder benötigen Sie eine Hypothek? How much is the rent? Wie hoch ist die Miete? What's the asking price? Wie hoch ist die Preisvorstellung? Wie hoch ist der geforderte Preis? Is the price negotiable? Ist der Preis verhandelbar? Are there any parks nearby? Gibt es Parks in der Nähe? How far is it from the nearest station? Wie weit ist es vom nächsten Bahnhof entfernt? What are the car parking arrangements? Wie sind die Parkmöglichkeiten? Wie sind die Parkmöglichkeiten? It's on the second floor. Es ist im zweiten Stock. Es befindet sich im zweiten Stock. Ich möchte mir diese Immobilie gerne ansehen. Ich möchte mir diese Immobilie gerne ansehen. When would you be available to view the property? Wann stehen Sie zur Verfügung, um die Immobilie zu besichtigen? Wann stehen Sie zur Verfügung, um die Immobilie zu besichtigen? There's a deposit of one month's rent. Es ist eine Kaution in Höhe einer Monatsmiete zu hinterlegen. Es ist eine Kaution in Höhe einer Monatsmiete zu hinterlegen. Es ist nicht das, wonach ich suche. Es ist nicht das, wonach ich suche. I'd like to make an offer. Ich möchte ein Angebot machen. Ich würde gerne ein Angebot machen. Sold Verkauft Veräußert Vertrieben Verkauft Veräußert Vertrieben Verkommens und g r oft F Systems Wag SIEn Ausziehen Neighborhood Nachbarschaft Viertel Wohngegend Nachbarschaft Viertel Wohngegend Pocket Money Taschengeld Accommodations Unterkünfte Accommodation Rent Mieten Ausleihen Cottage Hütte Bauernhaus Häuschen Farmhouse Bauernhaus 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 Bakery Backstube Bäckerei Bäckerei Backstube Bäckerei Charity Shop Wohltätigkeitsladen 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 Pharmacy Apotheke Pharmazie Apotheke Pharmazie Apotheke Pharmazie Familienmakler Giftshop Geschenkladen Geschenkladen Greengrocers Gemüsehändler Gemüsehändler Newsagents Zeitungshändler Zeitungshändler Zeitungskioske Retirement Home Altersheim Seniorenheim Altersheim Seniorenheim Schneider Drugstore Drogerie Drogerie Farmer's Market Bauernmarkt 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 Structure Struktur Aufbau Bauwerk Struktur Aufbau Bauwerk Internetcafé 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 Bar Latte Bar Latte Block of Flats Wohnblock Mehrfamilienhaus Wohnblock Mehrfamilienhaus Country House Landhaus Landhaus Konzerthall Konzerthalle Konzertsaal Konzerthalle Konzertsaal Fire Station Feuerwache Feuerwehr Feuerwache Feuerwehr Leisure Center Freizeitzentrum 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 Mosque Moshe Moshe Skate Park Skater Park Skateboard Park Skater Park Skateboard Park Funeral Home Bestattungsinstitut Bestattungsunternehmen Bestattungsinstitut Bestattungsunternehmen Tung Grab Grabstätte Grab Grabstätte Kurthaus Gerichtsgebäude 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 Facility Einrichtung 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 To move in Zum Einzug Einziehen Zum Einzug Einziehen Zum Einzug Einziehen Resident Bewohner Einwohner Bewohner Einwohner Housing Gehäuse Wohnungsbau Wohnungen Gehäuse Wohnungsbau Wohnungen Wohnungen Haus 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 Villa Landhaus Ferienhaus Landhaus Ferienhaus Caravan Wohnwagen Hut Hütte Beauty Salon Beauty Salon Schönheitssalon Kosmetik Salon Beauty Salon Schönheitssalon Kosmetik Salon DIY Store Baumarkt Baumarkt Care Home Pflegeheim Pflegeheim Dress Shop Kleiderladen Kleidershop Kleiderladen Kleidershop Dry Cleaners Chemische Reinigungen Chemische Reinigungen Arena 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 Florence Florists Floristen Blumenladen Blumenhändler Floristen Blumenladen Blumenhändler – Baden-Handler – Garden-Center – Garten-Center – General-Store – Gemischt-Waren-Laden – Kram-Laden Gemischt Warenladen Kramladen Hardware Shop Eisenwarenhandlung Kiosk Kiosk Automaten Kiosk Automaten Shoeshop Schuhgeschäft Schuhladen Stationers Schreibwarenhändler Schreibwarengeschäfte Schreibwarenhändler Schreibwarengeschäfte Brewery Brauerei Tattoo Parlor Tattoo Parlor Tattoo Studio Toy Shop Toyshop Spielzeugladen Spielwarenhandlung Spielwarengeschäfte Spielzeugladen Spielwarengeschäfte 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 Auktionhaus Auktionshaus Auktionshaus Tower Block Hochhaus Hochhaus Bowling Alley Bowling Bahn Kegelbahn 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 Friedhof Friedhof Marketplace Marktplatz Orphanage Waisenhaus Kinderheim Waisenhaus Kinderheim Graveyard Friedhof Friedhof Nursing Home Pflegeheim Altenheim Casino Landlord Vermieter Wirt Vermieter Wirt Tenant Mieter Pächter Mieter Pächter Lease Mietvertrag Mieten Pachtvertrag Mieten Pachtvertrag Pachtvertrag To evict Zu vertreiben Housemate Mitbewohner Bankruptcy Konkurs Repayment Rückzahlung Tilgung Erstattung Cashback 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 Semi-Detached House Doppelhaushälfte Zweifamilienhaus Doppelhaushälfte Zweifamilienhaus Einfamilienhaus Freistehendes Haus EFH Einfamilienhaus Freistehendes Haus Freistehendes Haus EFH Bungalow 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 Sommerhaus Bungalow Sommerhaus Bungalow – Herrenhaus – Villa – Herrenhaus – Villa – Manner – Herrenhaus – Gutshaus – Herrenhaus – Gutshaus – Igloo – Igloo – Igloo – Fishmongers – Fishhändler – Laundrette – Waschsalon – Waschsalon – Off-License – Ohne Lizenz – Spirituosengeschäft – Ohne Lizenz – Spirituosengeschäft – Liquor-Store – Spirituosengeschäft – Schnapsladen – Spirituosengeschäft – Schnapsladen – Showroom – Ausstellungsraum – Ausstellungsraum – Ausstellungsraum – Refinery – Raffinerie – Raffinerie – Bedding-Shop – Wettbüro – Wettbüro – Tobacconist – Tabakladen – Tabaktraffic – Tabakhändler – Tabakladen – Tabaktraffic – Tabakhändler – Synagogue – Synagogue – Synagoge – Synagoge – Auditorium – Zuschauerraum – Hörsaal – Zuschauerraum – Hörsaal – Hospice Hospiz-Pflegeheim Hospiz-Pflegeheim Planetarium Planetarium Residency Wohnsitz-Residenz Untervermieten Leaseholder Pächter Eviction Vertreibung Zwangsräumung Arrears Rückstande Verzug Rückstande Verzug Down-Payment Anzahlung Anzahlung To ensure Zuversichern Sublet Untervermietet Untervermietet Lodger Untermieter Mieter Untermieter Mieter Untermieter Zwang B Stief Ausdruck B Ausdruck D K Schatzmeister – Kassenwart – Stadtkämmerer Schatzmeister – Kassenwart – Stadtkämmerer – Collateral – Sicherheit – Sicherheit – Contingency – Kontingenz – Eventualität – Kontingenz – Eventualität – Terraced House – Reihenhaus – Reihenhaus – Jürt – Land – Jorte Land – Jorte Land – Jorte